hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder euer guti mit einem weiteren Video zu Resident Evil 2 es geht heute um die Trophäe den Erfolg Hut ab das ganze ist mega mega easy das wird euch wahrscheinlich sowieso passieren einfach während des Gameplays aber einfach nur der Vollständigkeit halber gibt es dieses kleine Video denn es wird auch ein Road to Platin geben und damit ich mich dann halt irgendwo drauf beziehen kann wenn ich die einzelnen Trophäen erkläre und wie ihr das ganze erledigt deswegen ist das also echt nur ein Video was ja eigentlich Vollständigkeit halber mit drin ist aber ihr habt hier natürlich dann sofort gleich die Möglichkeit die Trophäe ja von der Liste zu streichen sobald ihr das Feuer gelöscht habt hier am Helikopter dann treffen wir uns erstmal unseren allerliebsten Freundin Tyrant schießen ihm einmal den Hut vom Kopf und das war's schon richtig also ich sag wirklich mega easy sollte gar kein Problem mit haben wird wahrscheinlich wie gesagt 90 Prozent der Spielern sowieso automatisch passieren nur wie gesagt der Vollständigkeit halber wegen der Road to Platin damit dann halt einfach die entsprechenden Videos oder besser gesagt die entsprechenden Erklärungen auch da sind ja das war's schon das trotzdem gerne einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und vor allem würde ich mich wahnsinnig freuen wenn ihr auch das nächste mal wieder einschaltet wenn ihr den Kanal abonniert damit ihr hier kein weiteres neues Video zu Resident Evil 2 verpasst vor allem wie gesagt Volt to Platin ist das alles mögliche geplant hier zum Spiel zu bringen also schaut aktiv vorbei auf dem Kanal ich hoffe ihr seid dabei bis dahin sage ich so long goodbye keep gaming euer Goodie